Wir holen den nächsten rein, jetzt kommt Koroma! Guten Abend! Ist er da? Koroma! Wunderschönen guten Abend zusammen! Wunderschönen guten Abend, da ist er! Koroma! Ist das mein richtiger Name, oder das ist ein Künstlername? Ne, ne, das ist mein richtiger Name tatsächlich, also mein Nachname. Koroma! Ja, ich habe mir überlegt, dass ich euch einen eigenen Song präsentieren werde, beziehungsweise einen Medley aus zwei eigenen selbstgeschriebenen und selbstkomponierten Songs von mir. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, woher, was du machst. Ja, ich bin Daniel Koroma, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Lüdenscheid, das ist in der Nähe von Dortmund. Ja, beruflich bin ich bei der Berufsfeuerwehr, also ich bin Feuerwehrmann und Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr in Dortmund. Ja, und ja, versuche jetzt irgendwie meinen Weg zu machen in der Musikszene. Genre? Oh, also so ein Zwischending zwischen, ich bin Rapper und Sänger, ich weiß nicht, wie ich es genau einpedigumiere. Oh, sehr gute Mischung, das ist immer sehr spannend, das finde ich sehr gut. Viele Votes hast du gekriegt, du bist hier auf jeden Fall, hast du einen Grund, dass du hier bist. Woher kommt die Krone oben links im Regal? Woher die Krone kommt? Und zwar ist die von Sirius M. Ah, die hat er gewonnen bei mir. Ja, genau. Du, komm mal eben rein. Sirius M ist, also Vanessa, wir hatten ja hier letztes Jahr auch Talentshows, aber noch ohne Amazon Music, ne? Die habe ich einfach so aus Spaß gemacht, ne? Und Sirius M hat da eine gewonnen, ne? Sirius hat eine gewonnen, ne? Oder nicht? Oh, da ist er! Das ist ein Gewinner aus dem letzten Jahr! Da ist er doch! Und hat die Krone gekriegt, ja, hat eine Krone gekriegt. Ey, Sirius, geil! Krass, warum hast du dich nicht nochmal beworben? Ich hab mich ja beworben, ich wurde nicht irgendwie angenommen. Echt? Ah ja, weil wahrscheinlich... Also, Mila und ich haben uns nochmal beworben, aber sind nicht irgendwie durchgekommen, aber ist alles cool. Ey, tut mir leid, ey, ich hab da alle im Auswahlverfahren gar nichts zu sagen, ne? Und es waren... Wir hatten so viele Bewerbungen diesmal, das war ultra krank für diese Staffel, ne? Ey, schön, dass ihr da seid! Koroma! Aber cool, dass du da bist! Ja, Sirius, geil! Woher kennt ihr euch? Achso, ähm, wir haben uns mal 2016, ähm, ja, bei einem Live-Konzert kennengelernt. Da hab ich noch in einer Band gespielt, äh, Daniel hat auch live gezockt, das war so ein Open-Air-Festival. Und, äh, dann hatte ich mal ein, zwei Musikvideos für ihn gedreht und so ist eine gute Freundschaft entstanden. Und dann, ähm, war ich der Meinung, er muss sich auf jeden Fall mal hier bewerben und, äh, sein Talent unter Beweis stellen. Krass, und jetzt ist er da, er ist am Start, er ist am Start. Ey, dann sind wir gespannt, äh, ich würd' einfach sagen, hey, Koroma, gib alles! Vanessa, oder hast du noch ne Frage? Nein, schieß los, ich bin super gespannt, jetzt echt. Koroma, es geht los, mein Lieber, viel Spaß! Enjoy the show! Vanessa, es läuft über Stream, ne? Doch, sie hat's gehört. Ey, ist scheißegal. Ja, show you talent 29. Wow! Okay, okay. Yeah, yeah. Kaufen uns ein One-Way. Tickel Richtung Sonne. Positive Vibes, nie wieder Sorgen. Leben hier und jetzt singen nicht am Morgen. Ja, nach dem Regen kommt die Sonne. Kaufen uns ein One-Way. Tickel Richtung Sonne. Tickel Richtung Sonne. Positive Vibes, ja. Nur noch positive Vibes, ja. Es kommen viel besöne Zeiten. So viel Zeit, Jachen, die Sonne, doch sie scheint nicht mehr. Der Hebel steht auch vor, doch waren fahren wir rückwärts. Glücklich sein scheint so da, doch doch zu weit entfernt. Hoffnung stirbt zuletzt, doch das zu glauben fällt mir schwer. Nach dem Regen kommt die Sonne, doch in unserem Leben regnet es nur unterbrochen. Wir werden stets begleitet von der Regenwolke geben. Niemals auf, doch so langsam schwindet die letzte Hoffnung. Yeah, also pack dein Zeug, au revoir, lass uns gehen. An einen Ort, wo uns Sorgen nicht quer. Weit weg von dem Stress und Problem. Buch ein One-Way-Ticket Richtung Sorg, freies Leben. Kaufen uns ein One-Way. Tickel Richtung Sonne. Positive Vibes, nie wieder Sorgen. Leben hier und jetzt singen nicht am Morgen. Ja, nach dem Regen kommt die Sonne. Kaufen uns ein One-Way. Tickel Richtung Sonne. Tickel Richtung Sonne. Positive Vibes, ja. Nur noch positive Vibes, ja. Es kommen auf die bessere Zeit ein. Let's go. Yeah. Oh, baby, come. Fuck it up, ladies and gentlemen. What's up, baby? Ha. Show you tellin' how this might be. Zach, you ready, Jack? Ein to them, Jack. Yeah, yeah. Okay, B.I.P. Christian Club. Glitzformin' Jackie Co. Ears, yes, you drop it low. Ich bekomm' the private Joe. Gritzform, die Kategorie. Ears wie der Samplephone. Sie ist eine Ho. Doch katholisch ihre Religion. Hey. Baby, shake die ganze Nacht für mich. Jöp, 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 Jöp. Sie will viel mehr, doch sie traut sich nicht. Denne Ex-Show zu. Fuck it. Shake it up. Baby, tell me, baby, mach mich, help mich. Drop it low and check, they got your body. Oh, yeah. It's Triffy, Kelly B. Baby, off-repeat. Do I six to beat? Oh, baby, goddamn. Baby, shake, shake, shake. Heute dreht mich an und fern wie Cameray. Jay, Jay, Jay. All that strong is over. Baby, bling, bling. Ja, die dreht sich wie der Tag. I might not day, day, day. Fuck it up, ladies and gentlemen. Oh. Show you tellin' how this might be. Hola. Corona. Corona. Junge, mein Lieber. Corona. Ja, großen Applaus für Corona. Corona. Corona, mein Lieber. Zuschauervoting. Läuft noch 18 Sekunden. Ey, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Mein Lieber, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. So was haben wir heute noch gar nicht hier gehabt, ne? Vanessa. Was ganz frisches. Wie viel? Ich sag's dir. In acht, sieben, sechs, fünf, vier. Voten jetzt noch für Corona. Drei. Zwei. Eins. Siebenundachtzig Prozent. Platz drei. Eingestiegen. Auf Platz drei, mein Lieber Corona. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. War richtig. Ey, auf Platz drei. Nach den ganzen Leuten jetzt einzustellen, ist krass, Junge. Krass, ja man, finde ich auch. Vor allem, also pass auf, ich will mir auch gar nicht rausnehmen zu urteilen, was den Rap angeht. Da bin ich keine Fachfrau. Ob was tight war oder nicht tight oder keine Ahnung, halte ich mich voll raus. Ab, was ich bei dir richtig geil finde, wenn man ein Feature mit sich selber machen kann. Und das ist bei dir der Fall gewesen. Deine Rapstimme und dein Gesang, das ist so geil. Also ein Feature mit sich selber, weißt du was ich meine? Das ist so besonders. Das ist, weißt du, man hört, es ist richtig, richtig fett. Ich bin voll, es ist Hammer. Danke, 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 danke. Also mir hat der, ich muss sagen, dieser, dieser, ich sag mal, der, der bumsige Part, der letzte, den fand ich, fand ich, der hat mich dann abgeholt, oder? Das hat mich, das hat mich so an meine Clubzeit erinnert, wisst ihr was ich meine? Heute Black Night bei uns, bam. Ja, aber was? So ey, das, das hat, das war, das war richtig. So ein bisschen der alte Hip-Hop auch. Ja, ja, ja. So, ja, oh, jetzt. Up and here, up and here, up and here. Ja, genau. Genau so, ey, so beginnt doch, du hast immer begonnen im Club. Du kommst rein, dann ging's los, ne? Mega. Ohne Scheiß, war krass. Du hast richtig viele Prozent abgeräumt, ne? 87 Prozent heißt noch nicht, es kommt nachher noch eine Runde, ne? Nachdem alle durch sind, kommt die entscheidende Runde. Ja, ja, ich weiß. Corona. Was willst du den Leuten noch sagen, die draußen sind? Sag mal der Community was. Was soll ich nicht sagen? Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich, ja, Teil dieses Formats sein darf, dass alle für mich gewotet haben und, wenn es euch gefallen hat, bitte, äh, votet nochmal für mich die letzten drei Minuten, weil es wird mir sehr viel bedeuten, ins Halbfinale zu kommen, wenn nicht sogar irgendwann ins Finale. Stell dir vor, Excon kick it to your belly. Ja? Ey, da twerke ich für euch. Was? Wenn der Song kommt, dann twerke ich in Berlin live. Alles klar, das ist dein Wort, dein Wort. Hey, Nan, aber was ich noch sagen will, ich weiß nicht, ob das für dich ein Kompliment ist, aber du, vielleicht hörst du es auch nicht gerne, aber ich finde, Kompliment, du bist echt super sympathisch. Voll. Dankeschön. Auf jeden Fall ist es ein Kompliment. Weiß nicht, ob... Okay. Ja, kann ja sein, dass manche sagen, ne, ich will cool sein, also cool bist du auch, aber du bist... Nein, 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 alles gut. Total, total. Total, total. Glaubst du, das guckst du so? Ne, super, ohne Scheiß. Beeindruckt, Koroma. Wirklich beeindruckt. Mein Lieber, bleib wie du bist, ne, und ich drücke dir die Daumen, ich sag dir ganz ehrlich, Vanessa, ich sag's dir ganz ehrlich, wir sehen noch zwei Künstler, aber ich bin froh, dass man das nicht entscheiden muss. Weil das echt, das sind, denk mal an Usa, denk mal an Clara, jetzt Koroma, Leo, ich will das nicht entscheiden, weißt du, das ist zu krass und das ist so schade, dass nur zwei weiterkommen, aber so ist es halt, weißt du, Koroma. So ist es. Was, nur zwei? Ja, nur zwei kommen heute weiter. Ja, so ist es halt. Es ist so. Wir sind die härteste Show. Scheiße. Ich drück die Daumen. Wow. Dankeschön. Daumen werden gedrückt. Koroma, alles Gute. Danke fürs Mitmachen, gell. Oh, 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 oh Untertitelung. BR 2018